Da hat nicht so viel in der Sonne gelegen. Das schaffen wir auch. Das ist schon ein ordentliches Kamenzmengen. Keiner werde ich mehr interessiert. Ich denke, haben Sie auch das Sympte. Die Kamen sind traurig. Ja, die lassen sich nicht traurig. Die ist aber gut. Die sind jetzt in den Nudeln. Meinst du? Besser, wie wenn sie jetzt in der Sonne...